Moin! Dicker Mann Filmet, der Cora hier. Heute wie mit Let's Do Was Sinnvolles. Let's Play Left 4 Dead 2. Und da sind wir mit Left 4 Derp 1. Wir haben den Heli kaputt gemacht. Der was? Ja. Ja immer der, der fragt, ne? Ich würd sagen der mit der Glatzer. Komm mal auf den Nigger. Mach mal Hut runter. Komm mal auf den Nigger. Wie hieß denn schon bei vorn Metal Jacket? Immer der Nigger an den Drücker. Keine bösen Wörter. Genau. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das ist halt für ein Gerücht. Sie hat nur den größten Teil ihrer Worte zensiert. Ist alles in Ordnung. What are you doing here? Eigel, äh... Ooooooh! Er hat Feuer gemacht. Ich hab was für euch hier, wenn ihr zu mir kommt. Ich hab was für euch hier, ne? Widerlich. Ach, no! Wie der da durchmeht. I don't fucking care! Ich hab auch grad den Schadenscheid verzersegt. Ist mir doch egal. Opa will nach Hause. Opa will Tatort gucken. Nee, Linsenstraße. Nein, Tatort. Linsenstraße kommt nachmittags. So, okay, wir halten das mal fest. Guck auf, als wann Linsenstraße und wann Tatort läuft. Ja, ich habe zwei Rentner im Haus. Natürlich weiß ich das. Das sind nämlich die Zeiten... Obwohl Tatort? Das sind die Zeiten, wo man Internet in Ordnung ist, weil die Rentner Fernseh gucken. Obwohl Tatort ist doch noch von Ort. Joa, guck drauf an welcher. Ich mag die Hamburger folgen. Ich sollte immer sehr schön, wenn du mich nicht dort ansehen würdest. Wie der da rüber mäht! Ja, dafür ist die Kettensäge doch da, oder? Eingezogen, äh, ohne Geld. Mein, nen Hunter zersägt. Nen Dings hier, so nen Charger noch zersägt. Noch nen Charger, nen Splitter, nen Smoker. Ist mir doch alles egal. Oh nein. Mir kommt das hier irgendwie bekannt vor. Wir gehen hier rum. Oh ne, hier rum geht's ja nicht. Ihr solltet sie nicht dabei aufschrecken. Warum nicht? Das ist mir lustiger. Ja, dann funktioniert der Trick mit dem Wexplodieren aber nicht mehr. Mann. Null Problemobkumpel. Genau, nen Unproblemobkumpel, ja? Ebenrum, ja. Genau. Ah, ja, ja, ja. Ah. Entschuldigung, das war ein Nieser. Ne, das war ja nicht mehr. Nieser. Mhhh. Nixer. Pfuh. Gib mir ne neue Kettensäge, das war lustig. Hier ist ne Waffe. Nein, das ist keine Kettensäge. Alles nur. Aber ne Stromflinte, da kann ja auch schon mal arbeiten. Nimm das Verbandszeug, du hast welches. Ich mag aber nicht. Ja, Opa, was willst du denn von mir? Mämiger Kugeln. Möchte ich streichen, ja. Hau Bitsa abfeuern? Dort kann ich. Das ist viel früher, als ich noch bei der Armee war. Ja. Ich fang ein bisschen mein Fatana übrigens gerade. Ich meine, Kettensäge, die war lustig. Oh. Oh. Könnt ihr mal bitte weggehen? Oh. Jetzt hier. Home run. Ich hab schon längst. Alter. Alter. Sie mögen dich, sie mögen. Sie mögen dich, sie mögen. Sie mögen dich, sie mögen. Was denn? Feuer ist aus. Alle über die Drücke. Nichts, nichts, nichts. Ich hab' einen Jockey. Ich hab' einen Jockey. Ich hab' einen Jockey. Ich hab' meinen Jockey. Huh. Oh! Echt? Hier ist eine Mini-Gun. wie war ich hier schon mal bekannt vor Achtung 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 Wollten Gruppenkuschel Ich will wieder Ja jetzt ist doch gut Ich hab doch das nicht Das hier sieht aus wie ne Map aus X-Cop Hier stand sowieso ein Weg Da sie aber diesmal mich lieb hat Und musste sie den ganzen Weg erst hochlaufen Alles in Ordnung Die Tür auf ihr Ich nehm ich starb damit Ich glaube ich starten auf A-Kaps Genau Oh ne Tür In den Schutzrahmen Leute Muss ich? Ja nun komm rein Ja Und wir Das nächstes Mal Tschüss 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 Vielen Dank.